Herzlich Willkommen zurück zur Deutschen Meisterschaft hier im Norden von Deutschland. Wir sind kurz vor dem nächsten Spiel. Mein Name ist Sarah und ich bin der Philipp und heiße alle Quidditch-Freunde. Herzlich Willkommen. Heute geht es hier mit einem ganz kleinen Spiel weiter, nämlich die Darmstadt Athenas gegen die Rheinus Bonn. Es war schon oft ein Finalspiel. Mal sehen, wie es diesmal läuft. Es ist die Gruppe A. Quaffel besitzt zuerst bei Darmstadt und aber gleich ein Beat auch von Bonn. Beide Teams bzw. gerade die Bonner sind mit Nationalspielern gespickt und es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Spiel werden, die nächste. Die Bonner haben vielleicht die Nationalspieler, aber die Darmstädter haben den Nationaltrainer. Wahnsinn. Das wusste ich selber noch nicht. Danke Sarah. Und natürlich Darmstadt als Titelverteidiger von der Deutschen Quidditch-Meisterschaft. Genau. Die Bonner wollen ihren Titel endlich wieder zurück haben und sie arbeiten gut voran. Erstes Tor für Bonn. Und dann Nummer 21. Von einem Herrn Weiß erworfen. Genau. Und man sieht hier wunderschönes Beaterplay. Ein schneller Sprint. Beide Teams sind sehr gut im Beaterplay, muss man dazu sagen. Und natürlich auch im Quaffle-Game. Man merkt vor allen Dingen auch, das Tempo ist gleich ganz anders. Die Ballwechsel sind viel intensiver und schneller. Genau. Und die Körperlichkeit ist einfach da. Ja. Hohe Dynamik bei Nummer 4. Und das nächste. Und da läuft wieder ein Tor. Von Harun. Nummer 4 Harun. Der auf jeden Fall schon gezeigt hat, dass er extrem schnell und dynamisch ist. Und dann schauen, ob er vielleicht noch mehr Tore beisteuern kann. Jetzt muss Darmstadt gucken, wie sie vorwärts gehen. Die Bieter gehen schöner als Bieter par vor. Bonn mit BS spielt die Falle aus. Genau. Die Darmstädter nutzen auch gerne aus, dass sie einfach sehr große Challenger haben. So wie jetzt. Ja. Und drüber. Aber direkt dahinter ein Troll. Ist noch drin. Die Chance. Und er macht den. Und es ist drin. Ein Tor von der Nummer 11, dem Thorsten. Und man muss sagen, er hat hier seine Schnelligkeit auch gezeigt. Absolut. Ich finde ja auch das Motto von Darmstadt sehr interessant hier. Immer wieder das Dosenbier skandieren. Was ja eigentlich mit Sport jetzt direkt nicht so viel zu tun hat. Aber es scheint ihrem Spiel keinen Abbruch zu tun. Auf keinen Fall. Und sie haben auch immer Dosenbier dabei. Wir teilen uns mit ihnen eine Umkleide. Und wir sind gut versorgt. Das klingt gut. Vielleicht soll ich das in Köln nochmal vorschlagen. Eine Runde Kölsch. Genau. Ein kurzes Brooms Down. Die Refs klären kurz etwas. Beim Brooms Down bleiben die Spieler immer da stehen, wo sie gerade sind. Die Besen müssen auf dem Boden sein, bis der Ref sagt, remount. Und dann geht es los auf den Pfiff. So wie jetzt. Bonn baut seinen Angriff auf. Die Kommunikation ist auch sehr, sehr intensiv auf dem Platz. Das spielst du auch gleich. Und man siehst auch, dass da einige Spielzüge bestimmt sehr, sehr exemplarisch im Training eingetrainiert wurden. Ja, das sieht sehr sicher aus. Bis eben gerade saßen auch alle Pässe. Und ein wunderschöner Save. Es ist so, dass der Quoffel nicht aus dem Spielfeld gehen darf. Und das war ja Lehrbuch. Absolut. Doch, die Refs haben was ergeben. Aber... Nein. Hier hat der Head Ref etwas anderes gesehen als ein Assistant Ref. Dafür haben wir so viele Schiedsrichter auf diesem Feld. Und sogar theoretisch einen Videobeweis. Aber das ist, glaube ich, im Quidditch noch nicht eingeführt worden. Noch nicht. Wir sind noch nicht live. Wir sehen hier aktiv und live, was passiert. Als Ref ist das auch immer sehr schwierig. Also als Schiedsrichter. Man muss sich wirklich auf Sekundenbruchteile seiner Aufnahme verlassen und daraufhin einen Call machen. Im Quidditch ist es auch so, wir haben einen Hauptschiedsrichter. Das ist der sogenannte Head Referee. In diesem Fall ist das eine Dame. Und wir haben mehrere Assistant Referees. Assistenzschiedsrichter, die natürlich gerade so etwas wie die Linien genauer im Auge behalten sollen und gucken, ob irgendetwas rausrutscht. Ob es ein Ball sei oder ein Spieler mit Ball. Hier gab es ein Turnover. Es wurde gesagt, der Ball war draußen. Turnover bedeutet, das andere Team kriegt ihn. Darmstadt will diese Chance nutzen. Es sind nämlich keine Bieter von Bonn da. Taka passt. Er könnte seine Größe ausnutzen und... Und da ging er durch. Da ging er durch. Sehr interessantes Spiel. Da hat es Darmstadt wirklich sehr gut ausgenutzt, dass einmal die Bieter abgelenkt waren. Absolut. Was auch für Bonn eher ungewöhnlich. Ja, es gilt ja auch echt mit als Prunkstück von Bonn hier gerade der liebe Herr Bürgers, der mittlerweile ja auch schon in Jülich den Club gegründet hat und langjähriger Nationalspieler ist und auch Bieter. Ja, da bin ich sehr gespannt, was der noch von Bonn auf den Platz bringen kann. Also da auch wirklich nochmal Respekt an die Darmstädter Bieter, die sie da gut ausgezogen haben. Absolut. Darmstadt hat immer noch Blascher-Kontrolle. Und ein wunderbarer Longshot von der Nummer 18, Sitter. Und da wird... Ja. Der, also es gibt ja mehrere im Quidditch, also es gibt natürlich die Nationalmannschaft, aber jetzt wurde auch ein Entwicklungsteam gegründet, um Nachwuchsspielerinnen und Spieler heranzuführen. Und da ist Sitter auch ein Teil von und hat gerade seine Qualitäten auf jeden Fall gezeigt. Und das war ein Tor. Aber es wurde auch ein Foul angezeigt von Bonn. Ich würde fast tippen, das war eben gerade die Bieter-Aktion. Ja. Sie hat den Ball noch einmal, den Blascher noch einmal nach hinten geworfen, nachdem sie schon gebietet war. Und dafür sind halt die ganzen Schiedsrichter sehr, sehr wichtig, weil die verschiedenen Abteilungen sozusagen einmal das Bieter-Game beobachten oder halt auf die Chaser mehr achten und so dem Headref oder Referee dann die nötigen Informationen weiterreichen können. Was man hier auch sehr schön sieht, gesehen hat, wenn ein Schiedsrichter anzeigt, dass ein Foul geschehen ist, kopieren das alle anderen, um wirklich auch den Headref, egal wohin er guckt, darauf aufmerksam zu machen. Illegal Interaction with the Bludger ist eine Karte, wirklich. Da aber direkt danach ein Tor gefallen ist, kann es sein, dass sie direkt auf dem Feld bleiben darf. Da ist jetzt die Frage, ob das... Hier, sehr gutes Fairplay von Darmstadt. Erinnern auch noch, die haben gerade selber noch mal den Ref daran erinnert, dass das Tor danach war. Sehr Fairplay. Und der Cruffle ist wieder live. Ein schöner Pass von der Assistant-Referee. Absolut. Man sieht, dass die Referees auch Spielerfahrung haben wahrscheinlich. Jetzt baut Bonn ein bisschen langsamer auf, aber Schnelligkeit kommt rein. Der Pass sitzt. Und er ist drin. Wieder Sitter, der Mann aus dem E-Team. Ich hätte ihn fast als Beat Before gesehen, ehrlich gesagt. Da hast du mehr gesehen als ich. Da war noch ein Blutscher im Spiel. Und ich habe das Gefühl, das werden die Refs jetzt auch besprechen. Das bleibt spannend. Das ist immer sehr schwierig, wenn so viele Spieler auf einem Haufen sind, dann zu sehen, ob jetzt jemand gebietet ist oder nicht. Da beneide ich auch keinen Assistant-Referee oder Head-Referee in diese Entscheidung. Nee, auf keinen Fall. Wie gesagt, ich komme aus dem Fußball und da ist ja der Videobeweis mittlerweile eingeführt worden. Wer weiß, wann das im Quidditch auch kommt. Das Tor wurde wieder abgezogen. Es steht 30-30. Das war also doch Beat Before. Jetzt hat natürlich Darmstadt wieder den Vorteil, das Tor galt nicht. Das ist immer so ein kleiner Knick auch im Team. Ja. Langer Pass. Aber stark abgefangen doch. Wunderschön. Und da hat er sich schön rausgekänzt. Ohne Wunden. Aber doch. Moment. Ein Bieter. Jetzt wird es aber hektisch. Jetzt wird es hektisch. Da war jetzt auch gerade sehr viel auf einmal los. Ich muss zugeben, ich war hier vorne ein bisschen auf die Bieter konzentriert. Was war denn da an den Hoops? Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, weil ich glaube eher, dass die Aktion hier vorne war irgendwie mit den Bietern zur Irritation geführt hat. Der Bonner Chaser gebietet wurde, den Koffel genommen hat und ihn ordnungsgemäß reingelegt hatte, wurde es zurückgepfiffen. Jetzt steht natürlich Thorsten Ostermeyer perfekt für einen schnellen Wurf durch die Ringe. Alleine mit dem Blödscher. Ja gut, der Kiefer ist noch daneben. Jetzt ist die Frage, wer schneller ist. Absolut. Und er macht ihn. Und das Tor stand sehr schön. Von der Subbox der Bonner Rhinos kommen die ersten Anfolgungsrufe. Ein schöner Beat. Ah. Und ein schneller Gegenangriff von Darmstadt. Hier nutzen sie ihre langen Beine aus. Absolut. Und er macht ihn sicher rein. Der Keeper von Darmstadt, die Nummer 43, der Tim van der Sande, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der sich als kleinen Funfact auch aufgeschrieben hat, der fliegende Holländer. Und so wie er gerade gelaufen ist, würde ich das fast unterschreiben. Auf alle Fälle. Aber dieses Jahr scheint sein Abschiedstournee zu sein. Er möchte vom Cottage zurück, ein bisschen zurücktreten. Starker Tackle. Und noch einmal. Und die Chance wieder. Keine, oh doch, ein Biederkling kommt. Eine Biederin. Doch, die Möglichkeit. Oh, abgewert. Und. Wunderschöne Vorname. Der Keeper von Bonn, der jetzt ausgewechselt wird, gibt es eine schöne Anekdote dazu. Der hat sein erstes Training mitten im Match bestritten. Und die Bonner sagen, dass er danach einfach angesteckt wurde vom Rhino-Fieber. Und seitdem das den Match und das Spielfeld nicht mehr verlassen hätte. Nächster Angriff von. Die Bonner schreien gerade sehr laut. Keine Bieder. Was bedeutet, dass die Darmstädterbieder scheinbar abgelenkt sind irgendwie. Ah, da ganz hinten im Rang. Sind aber wieder da. Der Ball ging noch nicht rein. Jetzt war der Ball drin. Schönes Tor. Und auch gut ausgenutzt, dass sich die Hoops manchmal drehen. Schön gemacht. Wir sehen ja wirklich auch, das Tempo im Spiel ist sehr hoch. Das ist also das Tempo. Und die Bonner haben da auch extra ihren Coach. Ihren Coach. Und zwar die Nummer 55 Große, die entsprechend harte Trainings angesetzt hat, wurde mir gesagt. Ich bin sehr gespannt, ob sie das über die ganze Spiele auch dann auch zahlt. Das ist das Schöne an diesen erfahrenen und wirklich oft trainierten Mannschaften. Und auch erfahrene Mannschaften. Die halten das wirklich durch. Ja, absolut. Das haben wir uns auch in Köln gleich abgeguckt. Der erste Tag. Oh ja. Und ich hatte den fast als durchgeworfen gesehen. Jetzt geht es aber runter und drüber hier. Ja, jetzt wird hier ein bisschen Turo-Bobo. Der Troll macht ihn. Tor ist durch, aber die Schiedsrichter zeigen ein Foul an. Die zwei Bieter haben das Brooms Down leider nicht gehört. Sie gehen zurück. Ja, absolut. Also ich habe nochmal, um das nochmal zu Ende zu führen, gerade jetzt am Tag zwei mit fünf Spielen gestern in den Beinen und heute, da musst du schon echt topfit sein, um da weiter das Niveau halten zu können. Und das haben wir uns für uns als Kölner Truppe auch vorgenommen, da nächstes Jahr noch ein bisschen mehr ranzuklotzen vor der DM. Weil das ist auf jeden Fall schon anstrengend. Man sieht auch hier gleich, das Wasser wird gereicht. Und immer wird sozusagen die Pause ausgenutzt, um ein bisschen runterzukommen, weil der Puls doch natürlich sehr, sehr hoch ist im schnellen Spiel zwischen Angriff und Abwehr. Das Wasser ist auch bei diesem Wetter echt nicht zu unterschätzen. Das ist überlebenswichtig wirklich. Es weht ein laues Lüftchen hier in Hamburg, aber es ist warm und die Sonne scheint wirklich direkt auf alle Spieler drauf. Ich hätte auch selber nicht gedacht, dass das Wetter so einen großen Einfluss hat beim Quidditch-Spielen. Gestern Abend hat es dann schön angefangen zu regnen und werfen und fangen mit dem nassen Quaffel war dann doch irgendwie eine andere Erfahrung als am Morgen. Und ich habe mir schon umgehört, ob ich vielleicht ein paar Putzhandschuhe mir leihen könnte, falls es nochmal regnet. Aber mir wurden dann doch die Handwerkermodelle empfohlen. Ja, die Putzhandschuhe sind nicht zu empfehlen. Okay, danke. Ich bin da, wie gesagt, ich komme jetzt gerade neu in die Szene rein und merke, dass ihr doch alle sehr, sehr coole Tipps und Ideen habt. Football-Handschuhe. Ich habe zum Beispiel gehört hier, das ist jetzt ein bisschen außerhalb von dem Spiel, dass der Coach Johannes von Düsseldorf seinen Spielerinnen und Spielern die Taktik anhand eines Spachtels zeigt. Also er hat den Spachtel in der Hand, dort sind dann Magnete drauf und die verschiebt er dann. Also ich fand das super innovativ und Köln und Düsseldorf. Das ist kreativ. Das ist ja so eine Story, aber ich würde mal sagen, das könnten wir uns vielleicht von ihnen mal abgucken. Da haben die Düsseldorfer doch mal was. Ja, auf jeden Fall. Hiermit ist es live von einem Kölner gesagt. Ja, wir sind ja ehrlich. Wir haben auch eine super, super Freundschaft mit Düsseldorfern und trainieren auch öfters mal zusammen. Das sind immer heiße Derbys. Was ich hier auch sehr schön finde, die Teams spielen wirklich sehr fair. Hier hat der Bonner Bieter auch ein bisschen noch erklärt, was genau passiert ist. Sehr schön. Ich liebe dieses Team, dieses wirklich Fairplay im Quidditch, dass man auch einfach miteinander redet, füreinander redet. Was natürlich als Spieler anstrengend sein kann auf dem Feld, wie gesagt, mit diesen schnellen Aktionen und Referee-Entscheidungen vielleicht nicht so zu deinen Gunsten ausfallen, dass das Frustrationslevel natürlich sehr hoch ist. Und da eine Balance zu finden, ist wirklich sehr, 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 sehr schwierig, glaube ich, für Referees und Teams. Aber ich bin mir sicher, Quidditch entwickelt sich auch weiter und dass wir da auch wieder mehr und andere Lösungen finden können. Weiter geht's. Ein ganz kurzes Beater-Battle. Und die Nummer vier von Bonn. Wieder mit seiner Schnelligkeit. Harun versucht den... Und? Er war noch nicht drin. Das wird intens. Schaffen sie es. Und der Quoffel. Ja, der Quoffel ist durch. Er macht ihn. Er macht ihn. Jetzt sind sie wieder in der Snitch-Range, dass sie nicht in Overtime müssen, sondern gewinnen können. L-Dive mit der Nummer drei, der anscheinend ein Neuzugang bei den Bonnern ist und, wie es heißt, sein erstes Turnier hier heute spielt, abgesehen von der NRW-Liga an den Spieltagen. Was man auch sehr schön sieht, die Bonner Bieter sind hier ganz stark im Pressing. Das heißt, sie gehen früh an die Attacke dran und holen sich den Quoffel. Sehr schöne Aktion. Bin jetzt sehr gespannt, das Bieter-Game von Bonn mit BS, was sie sich da überlegen. Genau. Auch ein sehr schönes Bieter-Line-Up, muss man hier sagen, von Bonn und Darmstadt wieder. Starker Teckel aus Darmstadt. Und ein schöner Pass rüber. Aber... Oh, ein Kopfball. Das habe ich auch noch selten im College gesehen. Ich habe auch. Ich bin ja die ganze Zeit noch am Trainieren, was das Werfen angeht und so weiter. Aber ich merke schon, dass ich meine Füße auch nicht vergessen brauche. Und vielleicht kommen die bald auch immer wieder zum Einsatz am Quoffel. Natürlich alles in einer ganz neutralen, entspannten Zone. Wunderschöner Beat von der 33 hier. Von Christian Pleska. Gute Interception und ein gutes Bieter-Game. Du hast absolut recht, die Bieter stehen sich hier nichts nach auf beiden Seiten. Mich wundert, dass der, wie gesagt, der Leon Bürgers noch nicht mitgewirkt hat. Der ist da als Coach sehr aktiv an der Seite. Ich weiß gar nicht, ob er heute überhaupt noch spielt. Ja, ich weiß. Ich habe nicht. Hast du was gehört? Ist er verletzt oder so? Das habe ich nicht gehört. Aber, oh, wunderschöner Vitek und sofort. Geht super stark. Dann sind wir ja gleich mitten im Spiel, Sarah. Ja. Wenn es so weitergeht. Ich habe den Quoffel angefasst. Absolut, Mensch. Genau, Darmstadt baut langsamer auf. Wobei beide Mannschaften jetzt wirklich, sie fangen langsam an und werden dann explosiv, gehen sie nach vorne. Wunderschön gefangen. Absolut. Die stabile Basis ist da ganz klar zu sehen. Du hörst auch wirklich die Spielzüge, wie sie angesagt werden. Mit Line Cross und so weiter. Also das ist schon ein sehr hohes Quidditch-Niveau, was wir hier sehen dürfen. Bei strahlendem Sonnenschein in Tornesch. Bonn hat einen frischen Bieter aufs Feld gestellt. Ja, sie versuchen jetzt mit der Box ein bisschen näher ranzukommen. Ein langer Pass. Ja. Ja, stark und super gespielt, super gespielt und die Chance jetzt ohne Bieter das Ding rein zu unten. Oh, wunderschön. Da haben sich die Darmstädter Bieter wieder ablenken lassen. Ja, aber auch stark gespielt, absolut. Also da ist manchmal wirklich nicht viel zu machen. Sicheres Passspiel, super gefangen, gute Fangquoten. Das ist ganz großer Sport hier. Von diesen Pässen bin ich echt jedes Mal wieder begeistert. Ja, ich merke auch. Das macht dir schon Spaß, so zu gucken. Ja. Ich habe so das Gefühl, die Darmstädter haben so ein bisschen ihr Tempo verloren. Am Anfang gab es noch einen sehr, sehr intensiven Schlagabtausch. Aber du merkst schon irgendwie, dass ihnen die letzten Dinger ein bisschen zugesetzt haben. Und das ist auch jetzt mit 70 zu 60 ihr Vorsprung geschrumpft. Ja, sie versuchen auch weniger Drives. Sie fangen jetzt wirklich mehr anzupassen. Ja, und der erste Fehlwurf oder der nächste Fehlwurf beziehungsweise. Haben wir selten gesehen von ihnen heute. Und jetzt baut Bonn auch wieder langsamer auf. Aber der passt, der sitzt. Oh, ein Longshot. Knappes Ding. Doch sie bleiben im Quaffelbesitz. Und es geht weiter. Stark. Bieter. Aber er konnte den Quaffel noch passen. Doch sie haben ihn schlussendlich verloren. Darmstadt hat den Quaffel. Jetzt war die Chance. Aber die Bieterin, der Bonner, steht in den Hubs. Doch mit BS vielleicht können sie jetzt ein bisschen mehr reißen als die letzten Angriffe der Darmstädter. Eine schöne Taktik ist jetzt von hinten hinter den Hubs an den Bieter dran zu gehen. Und schon wieder ein Fehlwurf. Das wird jetzt also... Sie werden übermütig mit ihren Würfen. Ja. Oder unkonzentriert. Je nachdem. Es scheint ein bisschen Unruhe ins Team gekommen zu sein. Was würdest du da jetzt dem Coach von außen empfehlen? Gute Frage. Also noch ist es noch nicht so, dass ich einen Timeout rufen würde. Aber ich würde vielleicht ein, zwei Chaser einmal auswechseln, dass man einmal durchatmen können und sich dann wieder sammeln. Du hast immer die Gefahr, dass wenn ein, zwei Chaser zu übermütig werden, dass sie den Rest gleich mitziehen. Aber ein wunderschöner Beat auf die Füße, um den Chaser hier von Bonn aufzuhalten. Jetzt hat Darmstadt es wieder geschafft. Haben BS und den Quaffle. Bonn sagt die 2-2 Grundordnung in der Defensive an. Daher ist ein schnelles Umschaltspiel sehr, sehr entscheidend, um das auch funktional umzusetzen. Mal schauen, wie sie da drauf sind. Und der Troll macht sich, ja, der Troll ist da und macht ihn sicher rein. Man sieht sehr schön, sie haben diese Laufwege genau so geübt. Absolut. Sie müssen sie nur auch anwenden. Vielleicht haben sie uns ja gehört und sind sich wieder ein bisschen mehr konzentriert. Wahrscheinlich gab es einen Ruf von der Seite vom Trainer. Ja, absolut, weil wir das einigen nicht wissen. Wir sitzen wirklich hautnah am Pitch. Also wie gesagt, Sarah hatte schon den Quaffle in der Hand. Das kann mancher Spieler oder Spielerinnen gar nicht von sich behaupten auf dem Feld. Dieses Tor galt jetzt nicht. Der Drehing hat sich zwar gedreht, aber der Ball ist außen dran vorbei. Jetzt hat Bonn BS. Was immer sehr interessant ist, Blatscher-Kontrolle kann ein Spiel komplett verändern. Ein Team spielt anders, wenn sie BS haben. Ja, absolut. Sie ist doch jetzt hier gleich mit der Falle. Sie sind viel intensiver in den Spielerinnen und Spielern dran. Und das ist natürlich doch noch viel, viel schwieriger. Oh, schwerjähriger. Schön. Aber jetzt, die Chance noch da, Quaffle-Besitz, aber da kommt der Bieter. Da kam der Bieter. Was immer sehr wichtig ist, ist halt, das Bieter-Game ist schön, aber der Quaffle macht die Tore. Und auf der anderen Seite ist es super wichtig, dass die Bieter auch entsprechend mit dem Quaffle zusammen agieren, weil das sonst sehr, sehr schwierig ist, im direkten Duell als Chaser gegen den Bieter zu gehen. Ach, man muss doch nur drüber springen. Ja, das will ich bar sehen von dir, Sarah. Ich bin gespannt. Ich bin Bieter. Oh, Mist, ich bin Chaser. Okay. Wir sehen uns nachher auf dem Pitch. Das wird witzig. Genau, schöne Pässe wieder. Sie machen das Feld schön breit. Ja, wieder mit der Box jetzt ein bisschen versuchen, das Spiel auseinanderzuziehen, die Darmstädter ins Laufen zu bringen. Und das funktioniert auch. Er ist über die Mittellinie zurückgedrängt worden. Ich habe da ein leichtes Trikotziehen gesehen, aber das ist, glaube ich, den Referees etwas im Garten. Wahrscheinlich. Also ich habe es auch nicht gesehen. Im Eifer des Gefechts. Und? Wunderschöne Pässe hier. Aber der Bieter ist da und gesaved. Und jetzt müssten sie laufen. Und der jetzt wieder, oh ja, er geht ganz schön ab. Und starker. Oh, Schiff, aber, aber. Oh. Ja. Reingefluppt das Ding. Nicht schlecht. Sehr schön. Aus dem Handgelenk. Das sind so schöne Tricks. Eine Bieterin hat versucht, einen Ball anzunehmen. Leider war es ein Pludger. Was man hier jetzt sehr schön sieht, die Bieter von Bonn stören da vorne. Sie haben zwar keine BS, aber sie stören aktiv die anderen, damit ihre Quaffelspieler Platz kriegen. Die Darmstädter Bieter lassen sich da auch ablenken. Beide Off-Broom. Die Chance jetzt, einen Drive zu setzen. Mal schauen, ob er das auch durchziehen kann. Die Bieter sind zurück. Bonn hat BS. Snitch ist on pitch. Jetzt wird es schwieriger mit dem Timeout. In dieses leicht chaotische Spiel könnte aber auch noch mehr Chaos reinkommen dadurch. Absolut. Ich bin sehr gespannt, gerade was du sagst, jetzt mit dem Bieter-Game der beiden Mannschaften. Wie sich das jetzt auf dem Feld widerspiegeln wird. Und. Oh. Und wunderschönes Tor. Und die Darmstädter drive wieder mehr. Absolut. Und das scheint anscheinend das Rezept zu sein. Es steht 90-60 für Darmstadt. Das heißt, wenn Bonn jetzt fängt, geht es in die Overtime. Wenn Darmstadt fängt, gewinnen sie. Und Bonn versucht, einen Timeout zu kriegen. Wahrscheinlich versuchen sie sich dann nochmal ein bisschen zu sammeln. Und die Taktik für Snitch on pitch zu besprechen. Der Snitch sieht von hinten aus wie Vincent aus Dresden. Ich muss gleich mal gucken, ob er sich auch noch umdreht für uns. Ja. Das ist der Vincent. Der Timeout ist scheinbar gegeben. Ich habe es jetzt nicht laut bestätigt gehört. Aber. Ich glaube, es gibt noch ein bisschen Regelbesprechung. Ob der Timeout so wirklich ein Timeout ist. Zumindest ein längeres Broomstown ist schon mal da. Timeouts sind ja eine relativ, relativ neue Erfindung im Quidditch. Sie sind, ich lasse mich lügen, mit der letzten oder vorletzten Regeländerung reingekommen. Oder sie wurden zumindest vorher nicht so viel genutzt. Das kann auch sein. Also meine Erfahrung ist ja zwar wirklich, dass es extrem wichtig sein kann, nochmal neuen Input zu bekommen, nochmal durchzuatmen, auch nochmal mit deinem Team zusammenzukommen und ein bisschen Kraft zu sammeln. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das gibt dem Spiel auch nochmal eine neue Note. Ich bin gespannt, wie die Bonner jetzt da gleich rauskommen werden. Gerade mit dem Snitch on Pitch und wie sie jetzt dann taktisch sich da aufstellen werden. In zwölf Sekunden kommen auch die Suche aufs Feld. Oh, es gab die erste, erst eine Karte. Es kann sein, dass sie keinen Timeout mehr callen durften, äh nicht mehr anfragen durften. Für ein falsch angefragtes Timeout gibt es tatsächlich eine Karte. Ja, warst du eine blaue oder ist es eine gelbe? Es müsste eine blaue für den Speaking Captain sein. Hier sieht man den Speaking Captain, der selber nicht spielt. Daher kriegt ein Spieler auf dem Feld die Karte. Der Speaking Captain kriegt immer dann eine Karte, wenn das Team an sich einen Fehler gemacht hat. Das ist entweder ein falscher Timeout oder die Gender Rule missachtet. Oder zum Beispiel Language Warnings. Kriegt dann im Endeffekt, wenn man nicht genau zuordnen kann, wer es ist, auch der Speaking Captain. Das durfte ich auch schon einmal. Nicht bei Language erleben, aber bei der Gender Rule. Wie ist die Gender Rule nochmal genau aufgeteilt? Also wie viel Male, Female muss drauf sein? Das ist egal, du kannst ja auch Non-Binary oder andere diverse Geschlechte drauf haben. Wichtig ist, dass es nicht mehr als vier sind. Okay. Also nicht mehr als vier eines Geschlechts. Das klingt immer so schön einfach. Ja, wie gesagt, ich erhebe das ja dann mit. Dann verletzt sich dann einer und so. Und wir hatten die Situation nämlich, dass dann in Köln unsere Siekerin auf den Platz sollte. Und dann war auf einmal großes To-Wa-Bo. Wobei wir dann gemerkt haben, wir können gar kein Female mehr auf den Platz bringen. Und dann gab es auch eine Karte. Und im Eifer des Gefechts ist das manchmal nicht so gut zu überblicken. Aber ich finde es sehr gut, dass da eine Ausgeglichenheit herrschen soll. Und das tut im Sport, glaube ich, auch sehr gut. Das denke ich auch. Wir haben normalerweise immer das Problem, dass wir zu viele Non-Females haben. Oder halt generell doch auch Males. Und jetzt haben wir dieses Turnier geschafft, Snitch-Catch zu machen mit vier Females auf dem Feld. Stark. Das war toll. Wir in Köln haben eine Menge Damen, die da sehr aktiv sind. Und bei uns ist es eher andersrum. Wollen wir mal durchtauschen? Das klingt an der Idee, auf jeden Fall. Also wir haben eine tolle Uni in Jena. Ja, es ist schon eine Ecke zu Köln. Ich kann das ja mal anbringen. Mal schauen, was da rauskommt. Genau. Time-out ist vorbei. Es gab wohl zwar eine Karte, aber trotzdem den Time-out. So ganz verstehe ich das nicht. Und dafür ist meine Regelkunde dann doch nicht stark genug, ehrlich gesagt. Es wird doch nochmal besprochen, wie das jetzt weiter verfahren wird. Und wir sehen hier, auch die Spieler machen sich wieder bereit. Und die Sucher warten auf ihren Einsatz. Diese letzten elf Sekunden, elf bis zwölf Sekunden, das ist wirklich die Zeit, wo die Sucher auf Touren kommen. Und... Das Spiel geht weiter. Sarah, ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Ich muss dich leider verlassen. Brich nicht mein Herz. Ja, ich weiß. Ich habe selber jetzt um 14.30 Uhr das nächste Spiel. Und es hat super viel Spaß gemacht, mit dir hier zu kommentieren. Das Spiel ist mega spannend. Und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß beim Zugucken. Und ja, wie gesagt, das mit dem Female-Mail-Mix Jena-Köln. Das überlegen wir uns mal. Ja, viel Erfolg. Dankeschön. Man sieht hier die Seeker. Gerade der Darmstädter-Sucher geht stark dran. Und ich kriege wieder eine Verstärkung. Hallo. Ja, Hallöchen. Der Basti aus Halle ist wieder da. Muss mich jetzt erstmal ins Spiel finden, weil ich gerade drüben bei Leipzig gegen Bielefeld zugeschaut habe. Wir haben hier Darmstadt gegen Bonn. In Snitch-Range. Außerhalb von Snitch-Range. Ah, okay. 100 zu 60. Ah, okay, okay. Da, ja. Das macht auch Sinn, warum Bonn dann verteidigt. Und jetzt hat der Darmstädter-Sieker Spaß mit Vincent, ebenfalls aus der Ostliga. Ostliga-Represent. Ja, auf jeden Fall. Der ja normalerweise bei Dresden spielt, die leider nicht hier am Livestream teilnehmen können. Aber natürlich durch Lukas Scheuvens Timekeeper-App und durch Vincent und Susi als Non-Playing- Oder ich glaube, sie heißt Susi. Auf jeden Fall durch die zwei Non-Playing-Snitches gut repräsentiert. Und da war ein Catch. Und da war der Catch. Und der sah auch gut aus. Der sah auch gut aus, aus meiner Sicht. Der liegt ja gut in der Luft, greift rum. Ich glaube, Vincent hat ihm auch schon das leichte Kopfnicken vermittelt. Also man muss sagen, das haben sich die Darmstädter auch verdient. Die lagen am Anfang ein bisschen zurück, haben sich dann ein bisschen verloren, wieder gefunden. Die Bonner hatten aber auch eine konstant gute Leistung. Ja, aber Darmstadt ist dann... Das war hier hart umkämpft, die ganze Zeit. Wie jedes Mal, wenn diese beiden, also jedes Mal, ich kann mich noch gut an das Liga-Finale von vor zwei Jahren erinnern, wo Darmstadt mit 100 zu 10 geführt hat und Bonn dann noch diese mega Aufholjagd hingelegt hat. Und also zwischen diesen Teams, egal wie der Spielstand ist, das Spiel ist nicht abzuschreiben. Auf keinen Fall. Und der Catch ist gut. Damit steht es jetzt am Ende 140 zu 60 für die Darmstadt Athenas. Darmstadt hat sich gefunden. Und mir wurde auch gesagt, für Darmstadt war dieser Sieg tatsächlich eine Pflicht, um oben dranbleiben zu müssen. Ja, dann ist es natürlich umso schöner. Umso schöner, ja, Pflicht erfüllt. Und damit weiterhin für beide Teams, meine ich, die Chance offen, sich hier die Krone aufzusetzen bei diesem Turnier. Das heißt, wir haben vielleicht eine Revanche. Oh, im Finale dann nochmal Darmstadt, das wäre was. Naja, auf jeden Fall bis dahin wünschen wir noch einen wunderschönen Tag. Hoffen natürlich, dass ihr weiter zuguckt. Das nächste Spiel startet, glaube ich, in zehn Minuten. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Holt euch vielleicht was zu essen, was zu trinken, geht nochmal aufs Klo. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Das war's von uns. Tschüssi. Tschüss. Tschüssi. 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 Vielen Dank.